Bevor wir gleich in die nächste Partie hüpfen, werde ich mal mir den Grundriss der neuen Karte anschauen. Das ist jetzt mal überfällig, ganz schön eckig die Seiten von dem Buch da. Jetzt wird auch noch irgendwas ausgemessen. Alles genauestens dokumentiert, was wir hier sagen. Aber erst einmal, hallo da seits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Erstellen. Da, 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 ganz hinten. Wie viele Karten gibt es? Das können wir mal wirklich durchzählen. Und nicht nur aus den Gedanken heraus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jetzt beginnt die erste DLC-Karte. Elf, zwölf, dreizehn. Die Grenze war keine DLC-Karte, oder? 14, 15, Bartlett ist raus aktuell. 16, 17, 18, 19, 20 Karten schon. Habe ich mich nicht verzählt. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, kommt hin. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und jetzt, na gut, aktuell sind es 19. Jetzt zählt man zu, dass ihr alle Karten mindestens einmal in der Woche spielt. Wie viele Partien spielt ihr in der Woche? Vielleicht 18? Dann kann das schon mal von der reinen Wahrscheinlichkeit her, von den reinen Möglichkeiten her, gar nicht hinkommen. Und dann kommen vielleicht mal drei Karten miteinander, die ihr schon peak fein kennt. Und Karten, die ihr eigentlich noch kennenlernen müsstet, die kommen halt ewig nicht. Das ist halt der Teufelskreis. Match hinzufügen, speichern. Ja, will ich speichern. Die ist jetzt auch ganz oben, okay. Dann werden wir die erstellen. Und werden jetzt mal starten. Ich will mir bloß den Grundriss angucken von oben. Mein Gefühl sagt mir, so eine Z-Form. Wenn dann nur ein ganz leichtes Set, so hier. Hier ist es ausfallender als hier oben. Und hier ist es nach links ausfallender als hier unten. Also eine leichte Z-Form ja. Okay, mehr wollte ich gar nicht wissen. Ich komme ja auch raus. Also mein Gefühl, ohne die Karte vorher gesehen zu haben, hat sich also bestätigt nach den ersten Eindrücken. Ach Quatsch. Ich werde die neue Karte weiter kennenlernen. Geschätzte Wartezeit, fast eine Minute. Mal gucken, ob es gleich losgeht oder ob die Zeit sogar ausgereizt wird. Ich muss mal gucken, wie viel Ansehen ich zwischen den beiden Starts der letzten beiden Operationen zusammenbekommen habe. Kann ich einfach gucken, indem ich mir die erste Folge von Grim Sky angucke. Und oben noch schaue und jetzt hier. Ich denke, es waren ungefähr 50.000 Ansehen. Ich glaube sogar noch einen Hauch mehr. Hunde 1 Angreifer. Eine frische Partie. Yeah. Und wieder Nomad. Ich hatte Kite jetzt schon lange nicht mehr, weil ich in der letzten Folge ihn überhaupt nicht erwischt habe. Und Nomad bloß am Ende. Mal gucken, ob ich bei meiner... Wie heißt denn das Ding nochmal? Bei dem Kackhaufen bleibe. Entschuldigung, mir fällt es aber gerade nicht ein. Hier steht es ja nämlich nicht. Wie die Spezialfähigkeit heißt, das steht bloß hier. Lufthieber. Ne, was? Lufthebefalle. Irgendwie sowas. Lufthiebefalle. Gucke ich auch gleich nochmal nach. Bald es geht. Die Elektro-Kralle ist recht einfach. Habe auch mal geguckt. Der Elektronik-Scanner MK... Ich glaube, drei war es. Phantom. So heißt das Teil von IQ. Da habe ich mich letztens mal auf der Operatorseite im Internet durchgeklickt, als ich auch mir mal die Biografien von Nomad und Kite angeschaut habe. Wie dieser Kack-Scroll-Möglichkeit, ey, das war zu kotzen. Es gibt den Unterschied zwischen Internetseiten, wo du wirklich mit einem Mausrad, mit einer Mausradbewegung eine Zeile scrollst, wenn du das dann auch bei deiner Maus zum Beispiel bei Windows eingestellt hast. Und dann gibt es so Seiten, die dann automatisch einmal eine ganze Seite runter scrollen. Und wenn du eben bei Windows eingestellt hast, zum Beispiel bei 15 Zeilen mit einem Mausradschwung, mit einer Mausradeinstellung runterscrollen hast, dann... Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. ...hast du auf so einer Seite wie zum Beispiel von Rainbow Six Siege, wo du die hier Biografien der Operatoren durchlesen kannst, Probleme. Weil dann scrollt er nicht zur nächsten Seite, dann scrollt er gleich bis zum Ende. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. So, hier kommt man ja nicht hoch als Verteidiger. Da hinten unten. Oh, Keller, Sackgasse, Turmbaustelle. Ah, wo hänge ich denn jetzt schon wieder an der Leiter, ey? Ich dachte, hier wäre verstärkt, aber nein, der scheint trügt er. Ich muss halt noch irgendwie runter. Wir kennen doch keinen Gegner. Oh, Wendeltreppenhaus, naja, fast. Entschärfer wurde zurückgeholt. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Bei uns ist schon wieder jemand ins Spiel abgeschmiert. Ich schätze mal, er schruckelt auch wieder rum. Also heute gehe ich eher davon aus... Hier will ich überhaupt nicht hoch. Da denke ich auch nicht lang. Heute gehe ich mal eher davon aus, dass Ubisoft Probleme hat und nicht irgendwelche Spiele einfach rausgehen, weil sie keinen Bock mehr haben. Weil sie angepisst sind von der aktuellen Situation. Ich habe jetzt rumgezuckelt, weil ich hier hinten hing. Mit meinem... Mit dem schnuckeligen Hintern von Nomad. Weiß noch gar nicht, wo ich rein will. Wir kennen doch keinen Gegner. Dann helfe ich ihm mal. Okay, Jäger haben sie schon mal. Wollt noch immerhin den mitnehmen und dann habe ich schon die Leertaste gedrückt, aber das war nichts mehr. Ich gehe jetzt einfach hier oben rein. Ich muss einfach irgendwo mal reingehen. Vielleicht heißt es wieder eins gegen fünf und dann habe ich das Problem, wenn ich noch da außen bin. Ich muss schon irgendwo drin sein, habe ich eine größere Chance, was zu erheißen. Hier ist er bei mir näher. Kopf noch schnell gefunden. Hat uns aber auch 38 Schadenspunkte hinzugefügt. Ich habe hier noch den Luftheber. Oh, jetzt hier in der Tür die Treppe runter zu gehen, das gefällt mir gar nicht. Das geht nämlich eher schief. Ein Gegner klingt gut. Oh, das Ding hat ja einen gelben Laser. Laser ist ja allgemein blöd. Ich hoffe, die Gegner können das nicht sehen. Ich halte mir den Rücken frei. Du hast ihn entschärfer fallen gelassen. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Hockt ihr jetzt rechts von mir irgendwo im Raum? Muss ja, wenn da der entschärfer liegt. Hier ist aber niemand. Ist dir dem gerade den Rücken gefallen? Ich meine, der entschärfer liegt ja schon hier. Der muss ja irgendwo ganz in der Nähe sein. Ich werde jetzt nicht nur irgendwas werfen, irgendein Zeug, weil dann mache ich zu viel Lärm. Hm, ich mache es doch aus. Wo ist der denn? Scheiße. Ich könnte mir auch mal so einen Chat schreiben. Bombe gefunden. Ah, okay. 15 Sekunden. Kann ich hier nicht? Nein! Da kam der rum. Ich wollte das jetzt an der Säule anbringen und dann reingehen. Ach, du Blödmann. Muss genau im falschen Moment vorbeikommen. Oh, das Wasser da unten sieht ja cool aus. Schade. Das war aber eine coole Situation. Auch wenn ich in einer Kack-Situation war, aber ich... Na, zu spät. Schade. Ich bekomme ihn gar nicht mehr. Aber ich fand es auch sehr spannend, mit der Situation klar zu kommen. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aus dieser blöden Situation wieder rauszukommen. Gut, der Gegner wusste vielleicht auch nicht, wo ich bin, bis ich mit der drohenden Lebenszeichen von mir gegeben habe. Allerdings wusste er auch nicht, von wo ich kommen könnte. Ich hätte mir einfach den Entschärfer schnappen sollen und da, wo ich bin, plätzieren sollen. Das kommt mir jetzt leider zu spät, der Gedanke. Der war ja im anderen Raum. Wobei, der hat ja den Entschärfer im Blick. Naja, der hat ja Eich umgebracht und der muss ja wohl gelesen haben, da Träger aufgehalten. Das denke ich mir zumindest. Aber ich hätte zumindest versuchen sollen, den Entschärfer zu holen, weil dann hätte ich den Gegner automatisch gelockt, weil er hätte das vielleicht mitbekommen. Oh, der Entschärfer ist weg. Ich muss jetzt hin, ansonsten platziert er. Und so hätte ich ihn locken können. Vielleicht mal kurz ansetzen, zu entschärfen und gleich wieder aufhören. So war es eben. Na Gott. Es gibt so viele Möglichkeiten in diesem schönen Spiel. Das ist hier die Ecke, wo ich mit Meister, äh, mit Alibi und mit Montagne meine Probleme hatte. Hier waren wir ja schon mal drin. Bereich sichern. Ich schreibe ihn da ab. Wo kommt's? Ich glaube hier hin. Das andere Böse Auge. Überwachung der Bomben verstärken. Der Gegner hat einen Entschärfer. Achtung! Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Jakal. Also nicht so weit ausrennen. Das war er wieder, ne? Nur eins ist aber schon dünn. Ich muss mich aber auf andere Sachen kümmern. Oh, es liegt noch Westen aus. Hoffentlich kriege ich die noch. Kite läuft. Ja, den Strom haben sie geändert. Wo ist denn jetzt? Da. Ich war schon dran. Der Strom, die Frequenz von den einzelnen Funken wurde erhöht. Sieht ganz anders aus. Okay, von hier können sie kommen, damit ich jetzt zumindest eine kleine Wegsperre haben. Eine kleine Bremse einbauen. Warum? Vorsichtshalber, sag ich mal nein. Wenn ich nicht weiß, dann sag ich... Eigentlich müsste man sich dann eher raushalten, aber sag ich lieber nein. Alter gegen Blitz. Oh, der Kopf hat rausgeguckt. Ein Gegner verbleibt. Aber da ich schon nein gesagt habe, ist die Abstimmung Eva in Popo. Das wissen die bloß nicht der Strom. Sieht irgendwie geil aus. Gut, na, bezieht Blitz. Hey. Sieht aus wie eine Wunderkerze, die da an dem mobilen Schild herumfunkelt. Cool. Also das Visier ist ja echt grandios. Zähl ich gerne für viele, viele andere Waffen. Ich würde das dicke Visier mit dem schmalen Rand auf jede Waffe packen, hätte ich die freie Wahl. Und das finde ich... Frechheit. Und das finde ich ebenso schade, dass man nicht jedes Visier bei jedem Operator auf jede Waffe packen kann, dass man einfach dem Spieler die Wahl lässt. Wenn das irgendwann mal kommen sollte, dann sage ich hier, Ubisoft, ich habe es da euch schon vor zwei Jahren gesagt, mach das doch mal. Aber hey. Wenn es kommen sollte, freie Verfügbarkeit, alle Aufsätze, dann freue ich mich einfach. Aber ich werde, wo glaube ich, die Spitze nicht zurückhalten können mit, na Ubisoft, warum nicht gleich so? Oder wenn so eine Operatoridee von mir vielleicht mal ins Spiel kommt. Ich hoffe auf die ganz abwegigen Sachen. Das wäre irgendwie noch lustiger. Also ein Schleimleger oder ein Kärscheoperator oder einer mit Leiter. Aber mit Leiter ist halt das Problem, da bist du ziemlich eingeschränkt. Es gibt ja... Wo willst du das einsetzen? Als Verteidiger? Bloß bei Luken, wenn du von unten nach oben willst. Als Angreifer? Ja, klar bei Luken, aber ansonsten ziemlich nutzlos, weil du ja deine... Dein Seil hast. Dein Haken. Wobei, man könnte zum Beispiel die an irgendwelche Treppen stellen. Dann könnte man wo hochkommen, wo der Verteidiger überhaupt nicht vermutet, da könnte jemand hochkommen. Zum Beispiel bei... Bei Grenze unten der Schalter, der Warteraum. Da könnte man eine Leiter unten hinstellen, dann oben ans Gerüst gehen. Wenn da jemand gerade die Osttreppe runterschaut und du kannst eine Leiter lautlos aufstellen, unbemerkt, und kannst dann somit in den Rücken fallen, das wäre doch einiges wert. Einer lädt noch bei den Gegnern. Und der ist nicht neu. Dann gönne ich mir mal einen Schluck. Ich habe jetzt darauf geachtet, dass ich die Flasche nicht irgendwie noch zerknüllt habe. In letzter Zeit nerven mich die Flaschen ganz schön. Oder wollen mich ärgern, indem sie einfach rumknacken. ein paar Minuten später. Hallo. Ja, hier waren Füße. Also Schuhe ohne Füße drin. Spielt hier jemand mit einem neuen Schrott-Fündeneisen? Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Das klingt irgendwie so. Als Schlagmann-Grabsch-Frauen-Bandit wer kommt da entgegen? Oh oh, wir kennen fast alle. Nein. Ich hatte noch so viel vor. Ein Fragezeichen. Das müssen wir unbedingt finden. Nein, guck doch weiter rein. Wenn das Lesion ist, wenn das vor allem Frau Frost ist, sind das Brötchen? Nein. Dann wäre das schon wichtig. Aber warum fiebt mir das jetzt auf unseren Ohren? Wir waren doch bloß in der Drohne. Halt doch den Sabbel. Die Kamera ist soweit oben. Da kann man keinen Operator am Kopf treffen, wenn man da aufzielt. Und wenn man vor sich einfach den Weg abschneidet, indem man komplett rangeht und dann nach oben zielt. So, aber aufgepasst. Hier an den Fenstern ist schon jemand gestorben. Das habe ich nicht erlebt. Hallo, ich habe den Entschärfer. Okay. Einfach nochmal reinschießen. Wenn er meint, zu Munition hat man meistens genug. Also, dass einem alle Magazine ausgehen, habe ich sie noch nicht erlebt. Wenn dann nur ganz selten. Glass scheint sich auf mich zu verlassen. Naja, folgt mir gerade nicht. Ich fülle mich erst mal in die Außenkamera. Bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich hin möchte. Da hinten will ich jetzt nicht rein. Ja, es ist die. Das ist viel zu weit weg jetzt für meinen Geschmack. Deswegen gehe ich lieber hier rein. Mit Hoffnung, dass hier niemand ist. Kommt man hier auch als Verteidiger nicht hin? Oder wie war das bei dem Ding? Na, hier kann man nicht hin. Okay. Dann muss ich mir darum da keine Gedanken machen, dass jemand rausstürmen könnte. Oder es kommt halt ein Operator mit einer Leiter an. Oder mit zwei Leitern. Wäre blöd, wenn er bloß eine dabei hätte. Ach stimmt, hier war ja die Baustelle, ne? Ja. Hab Sprach schon im Eimer, das finde ich gut. Den linken Daumen noch auf. Der Taste, um wieder schneller zu werden. Denn, um besser ausweichen zu können. Ein Lebenspunkt noch. gibt's da nicht. Was? Wieso ich jetzt? Weil ich gestorben bin in dem Duell? Ach, Kinders. Geht lieber mit Hanuta spielen. Was, Hanuta? Ja, Duplo ist zu schade. Wobei, Hanuta ist auch gut. Hm. Hm. Aber schön, dass die anderen nicht drauf anspringen. So, den Schärfer, den hab ich da hinten hingelegt. Oh, hier hat jemand was hingelegt für Glass. So, kann ich ihn mutig bei noch zwei Gegnern sich sowas anzuziehen? im Bombenraum. Erhofft jetzt das, oder ich hoffe für ihn, dass jetzt noch jemand herumwuselt. Und er ihn dann gut erwischen kann. Sprengsatz einsatzbereit. Zünde. Viel zieht der Strom nicht. Ich hab von rechts kommt, wer ist das? Fius? Ja. Ist das einer von uns? Nee. Ein Gegner. Der Entschärfer holen bei 40 Restsekunden. Wenn der Gegner vielleicht noch beim Entschärfer hockt, weil er weiß, dass da einer liegt. Oh, Westenmann ist gestorben. Haha. Ich lenke ihn jetzt nicht ab. Er hat schon geschnallt, wo der Gegner sein muss in etwa. Ging's gucken. Hat nämlich der Entschärfer das Schnellfeuereisen mit einem guten Hüftfeuer hat gewonnen. Aber warum denn schon wieder? Aber jetzt springt jemand drauf an. Hm. Ist jetzt eh abgebrochen, weil wir hier ein Bildschirm hatten. Zumindest war das mal so diese Überblende. Dann verschwindet die Abstimmung nämlich. Ist das auch weiterhin so? Ja. Ich hab seit Ewigkeiten mal wieder Kite. Aber ich schenke dem Ganzen jetzt wieder nicht weiter Beachtung. Klar, ich seh's oben, wenn da mein Name steht, aber solange sie mich in Ruhe lassen und nur eine Abstimmung starten und irgendwie was anheizen, indem ich jetzt was schreibe. Nö. Zumal ich gar keine Lust habe. Will lieber spielen. Oh, zehn Kontaktgranaten. Das ist heftig. Die MP5. Und wir haben wieder Westen. Darauf sollte ich vielleicht jetzt mal achten. Nicht, dass ich wieder so herumöre. Beziehungsweise das vielleicht gar nicht mitbekomme. Und dann irgendwo stehe, wo ich nicht mehr dann zu den Westen kann im fortgeschrittenen Röntgen. Den Bereich sichern. Die Bomben weiter schützen. Hm. Ich weiß noch nicht, wo ich zumache. Das ist Quatsch. Das hatten wir auch letztens offen. Das können wir eigentlich wieder aufmachen, aber ich behalte noch meine Kontaktgranaten. Das machen die schon. Ach stimmt, ja dieser Kackraum. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Es verteidigt sie. Implassiert. Ich glaube, ich habe den gefunden, der mich rausschmeißen wollte. Die Gegner haben eine Bombe gefunden. Ach herrje. Das lässt er mich doch nicht in Ruhe. Was? Geht, das geht. Ja, ich habe ihn gefunden. Ach, was sind denn das hier für Kinder? Wenn er mich wenigstens in Ruhe spielen lassen würde. Sonst wäre mir das ja egal, aber ich kann ihn jetzt auch umbringen, aber darauf springe ich gar nicht an. Erwartet jetzt nur, dass ich irgendwas mache, wo ich in Aktion bin, in der Animation gefangen bin. Ist ja kacknasenrig. So, ich habe den Strom. Fällt mir gerade ein. Und ich habe noch Wände. Ist der Depp jetzt gerade weg? Das Bild ist, er beschäftigt mich jetzt auch. Ich habe immer noch ein Auge auf meinen Teamkollegen. Muss ich haben. Jetzt spiele ich praktisch gegen sechs Gegner. Keine Ahnung, ob das mit mir gegolten war. Ich hoffe, der stirbt jetzt einfach gleich. Machen wir noch was hin, damit, wenn wir hier stehen wollen, einfach eine Deckung haben. Ich habe das vorhin mit dem Strom. Wir haben noch gar nicht viel verstärkt. Die Kralle ist an. Ah, die Stimme hat auch was. Sehr markant. Ah ne, der Depp ist neben mir. Aber ich glaube, der hat keinen Rauch mehr. Kein Kerlchen-Kram. Und ich glaube nicht, dass er einfach so auf mich schießt. Das denke ich, macht er nicht. So, ich versuche mal komplett auszublenden den Smaug. Wenn er mich jetzt erwischt, dann erwischt er mich. Aber wenn ich mich jetzt weiter auf ihn konzentriere, dann kriegt mich ein Gegner einfach. Was bimmelt denn hier so kacke? Na, lassen wir es jetzt bimmeln, wenn ich mich damit zu viel beschäftige. Ich lasse ihn eher vorkommen. Wenn ich jetzt, wenn er wartet und weiter auf die Ecke ziehe, dann bin ich im Nachteil. Deswegen warte ich lieber. Von wo jetzt? Von hinten? Es war Jackal. Nicht ganz von hinten. Wenn wir Glück haben, steht es gleich 1-3, dann habe ich Candela zerstört. Oh. Äh, wie das? Jetzt muss ja jemand da oben drangeworfen haben. Ne, an die Wand. Klar an die Wand. Immerhin sind wir jetzt Simkak Mitspieler entgangen. Wie es hier im Bett zugeht. Über wen motzt er gerade im Chat? Über einen Gegner oder über mich? Sonne, doch. Wir sehen uns vielleicht nie wieder. Aber ihr da draußen, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von diesem tollen Spiel. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss, tschüss.